Nein, die AlexXPro2 Da muss ich auch nicht rein Ich muss ja hier fast nirgendswo rein Außer da hinten Egal, wir gehen erstmal nach oben Wir gehen erstmal nach oben Zack, zack, zack Boah, mein Handy nervt mich grad Die schreiben da in der Gruppe Jetzt nicht die, sondern andere Aber trotzdem So, Rakete starten lassen Haha, guck mal Leute Das kann ich schon Einfach nur Dauerspam Nimm hier eigentlich richtig auf, ja nehm ich gut Oh, schon wieder ist das Licht aus Ich hasse es So, minus 28 Hört da eigentlich direkt auf Oder muss ich warten? Ne, hört direkt auf Das ist auch cool Oh nein, ich will das hier Ich dauere doch immer Jahre So Oh Was denn jetzt? Schwarz ging von uns Während die Lichter aus waren Ja, und Leon, äh Magnus und ich können sie sein Ich dachte ich wär schwarz Ich wär auch bei Leon gerade Dann sagt man, wo er war's Theoretisch könnte ich auch sein, Conny Ja, aber Marco, wir waren die ganze Zeit schon im Office Du könntest das nicht sein, das war zu spät Ich hab, also oben gerade an Am Nettlich war, waren Lexi Tanker, wer war noch da? Hey, nein, warte, Leon war im Office Ich war bei den Lichtern oben eben Ach, ich auch Wie bist du da hingekommen? Wie bist du da hingekommen? Äh, in dem ich nach links gegangen bin Ja, okay Am Ende hab ich auch noch noch Conny gesehen, okay Ich bin über die hochgelaufen gerade eben Aber ich meine, ich meine er sei noch Oder er sei gerade erst weg gewesen als Äh, schwarz gestorben ist Er hat mal gesehen, wie schwarz gestorben ist Als er nicht wurscht worden ist Ja Also keine Ahnung, ich wär mit jedem da gerade Ich war die ganze Zeit rechts Also ich war die ganze Zeit rechts Ich hab beim Teleskop gemacht Dann habe ich rechts diese Fiolen-Dings aufgefüllt Weiß ich nicht, ne Ach, der wird rechts gewesen sein, der muss rechts gewesen sein Conny? Ja, maß auf mich Ach, soll ich lenkt nicht? Ja, auch was auf Marco ist da Sexy ist es aber auch Glaube ich Immer, immer, ich bin Suspekt Ja, wer kann sonst? Aber kann ja auch dumm sein immer, alles in ihm Was ist das? Och, Mäller Ach 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 Ach, das machen die schon, oder? Kommt, ihr macht das, super Oh, das ist Lexi, da hab ich Angst vor Da hab ich Angst vor Wo muss ich? Achso, ich muss nochmal nach da oben Ich muss da auch durch Dankeschön Äh Ne, warte, ich muss hier noch dran Wer ist hier? Ok, der Dann Dann geh ich hier rein Dann bin ich fertig mit meinen Aufgaben tatsächlich schon Wow Das ging schnell So, da geht das Licht wieder aus Och, Eiler Licht? Wieso? Ich bin fertig, ne? Ich bin tatsächlich fertig Ich bin fertig Gut, 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 gut Och, Mann Mann Ich war fertig Schade Leon, geh bitte runter Falls du es bist Geh da rein, komm Los, los, los Schnell und runter, runter Oh, Mist Mist, Mist, Mist Unten geht halt niemand her Leon, bitte mach den Schalter Gut Gut Ja Oh, das Leben anscheinend noch zwei, oder? Jo Hm Ich hab Eben Fö und Leon gesehen, aber die Krippe ist meine Simon Scheiße Ne, ok Ich bin mir relativ sicher, das ist nicht Connies Weil ich bin mit ihm durch Schwiegelaufen, ohne Drauf zu gehen Richtig unten True, true, true Aber War doch War doch noch Geld pulldown, oder? Und Leon und ich haben gescannt War das direkt am Anfang, oder was? Ja, aber Ich hab Simon Says gemacht Ja, ok, dann Sind es halt Die Rechten, wa? Es sind die Rechten, wa? Ja Wieso kann auch die Lea ist denn, ne? Wenn der gescannt ist, dann bleiben nur zwei über Ich hab gesehen, wie er sich gescannt tut Leon und ich haben gescannt Ja, aber das haben wir gesehen? Außer ihr beiden? Ja, wir beide gegangen sein Ne, ich hab... Lexi, wo warst du denn? Bin zu spät gekommen Ich war da links und hab so diese, diese Flasche da gemacht, also kurz vor dem Report Ok, gut gemacht von mir, ich weiß, was es ist Ja, ich auch Ok Exi, da wie? Exi Exi Und wenn... also wenn... wenn Leon safe ist... Conny, Conny, Leon, wir laufen alle zusammen, ich muss so schau'n Aber ja, tu und tu Na ja, egal Ich hab meinen Aufgaben fertig Hallo? Aaron, kommst du auf die Dings? Kommst du auf die Dings? Wenn noch ein Platz frei ist, würde ich nicht Nein sagen Immer, Aaron, immer Ja Wir haben Tobi gekickt für dich Jetzt gehen wir mal hin Jetzt gehen wir mal hin Er kommt bei der Gruppe Ich liebe Harry Potter Aber nur die Firma Den Schauspieler leider nicht So, da lag meine Leiche, Leon Aha Gordi Oh Ups Warum killst du Dings, Magnus? Äh Conny ist gemutet Oh, ja, ja, ich kill einfach meinen Buddy True, true Den ich die ganze Zeit... Warum dein Buddy? Ja, keine Ahnung Ich bin die ganze Zeit mit dem rumgelaufen Und der hat mich die ganze Zeit gesehen Aber ich hab auch Simon und Noah gekillt, true Und deswegen bin ich's Ich bin auch Liam 8, sagte den Conny Leon war es nicht, ich hab nur dich gesehen Also, na, Leon Ja, Diga, ich hock da am Dings dran, mache das Licht an Und wer kommt, es ist jetzt offensichtlich, ganz im Ernst Hast du auch offensichtlich? Magdus hat gesagt, du hast dich gescannt Magdus ist jetzt tot Er hat sich auch gescannt, der war die ganze Zeit bei mir Wenn Innocent mich schon pullt Ich war auch schon ab, aber Liam alleine Dann kann es nur ein Film aussehen, okay? Ich will's nicht Ich hab Licht angemacht im Film Ach Liam, wann laufst du das? Tash Liam Was für ein Trapp Was macht Lexi eigentlich, Mann? Der hat eigentlich... Well, well played, well played, Leon Ich muss irgendwen killen, weil das war eigentlich nicht wie sie enttast Mein Buddy ist doch immer am Short Na klar Und er hat Lexi nicht mehr gemacht, Alter Das war's mit dem Morgans, wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dann, euer Kamichaut rein und ciao Bis dann, ich bin